ok micha und der bk schauen mir noch zu wie schaut es eigentlich aus mit baby baller face baby face no god baller baby face face baby baller bist du auch noch dabei oder hast du dich schon verzogen da ist nichts der dämon hat und versucht uns jetzt zu erschlagen und das nächste oh warte mal warte mal warte mal den pinsel hier mitnehmer der sticht doch so da raus bei dem bild das nächste wimmelbild anker seh ich da oben hermes starb seh ich hier ist auch so bescheuertes wort oder ein schere sagt es mal mehrfach hintereinander irgendwann hört es dem ich an schere 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 und da ist diese doofe das ist eine schere das ist eine schere das ist da hinten eine blume eine blume für die senorita ist da ich denke es da eine truhe ist da hinten eine paprika ist bei den kürbissen eine schildkröte ist da ein globus ist da ein tresorrad habe ich auch schon gesehen und eine wasser menona ist hier ein tresorrad okay irgendwo ein tresor gibt es okay wir haben hier verdichtungsmasse bekommen da können wir das boot abdichten so wie unsere lags im spiel manchmal wäre auch schön so hiermit ist das boot wieder fahrtüchtig können wir hier zur quelle uns unter die brücke quetschen ich finde das bild allgemein richtig es schaut aus wie so ein gemälde ohne scheiß so richtig genial gezeichnet alles und es ist alles gezeichnet das sind keine fotografien meine freunde das ist alles per hand gezeichnet und animiert die kürbis die kürbis die kürbis können wir das schon was mitnehmen da ist eine rappe du die bewachten hammer alter ich hab schon wieder was zu nerven für euch pass mal auf das ist das ist das ist gut ich w so ich So, der Mauszimmer krieg ich mal ihr letztes Stündlein schlagen lassen. Okay, das nächste Minispiel. Hehehe, Hardcore-Rotte. Jeder Buchstabe auf der Walze entspricht einem auf der Vorderseite des Dressorts beschriebenen Buchstaben. Jeder einen Buchstaben durch Klicken und Ziehen ausbeginnen mit dem ersten Buchstaben in der Walze. Okay, jetzt gucken wir mal. Das erste müsste Fenster F sein. Oh, ist das ein Geräusch. Nächste ein I. Das nächste ein R. Ey, das Geräusch ist doch übelst nervig von dem Dressort. Ohne Witz, die hätten es vorher ölen sollen. Das nächste ist ein E. Das nächste ist ein E. Das nächste ist ein L. Alter noch brauner und ich sehe die Buchstaben überhaupt nicht mehr. Nächste ist ein U. Und das letzte ist ein G. Nächste ist ein E. Nächste ist ein E. Geräusch gewesen. Wie gesagt, er hätte den Dressort mal ölen können. Das nächste Wimmelbild. Ohoho. Spielkarten sehe ich. Keine Spielkarten? Das ist Streichhölz. Okay. Spielkarten. Spielkarten. Bin ich jetzt blind oder wo? Los. Da ist die Spielkarte. Zielpferdchen. Okay. Drei Stück. Da ist eins. Da ist eins. Und da ist eins. Da ist das Telefon. Da ist die Schokolade. Boah. Ich darf nicht an Schokolade denken. Ich darf nichts Süßes essen. Ich esse es. Ich habe früher sehr gerne Schokolade gegessen. Schwarz-Bitter-Schokolade. Mua. Bleistift. Da oben. Ein Schädel. Ja wahrscheinlich. Totenschädel von der Piratenflagge. Kompass. Sicher. Na komm bitte schon wieder eine Sicherheitsnadel. Nein. Und ich mache nicht nochmal den Witz mit der Anstecknadel. Da 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 da. Wo ist diese Sicherheitsnadel schon wieder hin? Sie wixen. Oh moi. Mal anders hinnoten. So. Ach da ist. Die Sonne. Hier kommt die Sonne. Eins. Hier kommt die Sonne. Sie ist der hellste Stern von allen. Hier kommt die Sonne. Da hinten. Das ist doch eine Uhr. Hallo. Na toll. Ach so. Ich bin auch so blöd. Ich lese. Uhr. Oder dabei heißt es. Ohr. Mann. Okay. Wir haben eine halbe Sonne. Das heißt. Das heißt. Wir müssen. Warte mal. Hat er was noch getwitzert? Ja. Da führt das Rad. Okay. Äh. Ratte. Jetzt kommt die Ratte. Jetzt geh mal der Kratte mal an den Kragen. an den Kratten. Also ganz ehrlich. Diese Animationen. Jedesmal hätten sie sich sparen können. So. Komm her du Ratte. Ich hab was für dich. Schöner Rackenkäfig. Haha. Ausgedreckst. So. Jetzt müssen wir mal zurück. Paddel paddel paddel. Schwimm 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 und so. Jetzt müssen wir mal zurück in den Wald hier. Dann machen wir jetzt das Rad mal completo. Und nehmen es mal mit. Jetzt heißt es wieder paddel paddel paddel. Wahrscheinlich. Dann bauen wir das Rad hier dran. Zählt bloß, ob wir uns der Motor hier hinten. Hm. Wir haben ein Zahnrad. Wozu brauchen wir jetzt das Zahnrad? Da fehlt uns immer noch das Emblem. Da können wir jetzt nichts machen. Da auch nicht. Da fehlt uns immer noch ein Schlüssel. Da fehlt uns immer noch die Sonne. Da fehlt uns der Engelskopf. Moment, da klitzert doch was. Okay, da ist dieser komische Anhänger da. Jetzt kommen wir weiter meine Freunde. Unkraut-Eggs. Okay. Dürfen wir wieder paddeln dahinter. Alter, was ist denn das für ein starkes Unkraut-Eggs? Kannst du deine Hand wegätzen damit. Jetzt müssen wir wieder paddeln. in der sauberنigenaanlage. Falsch. 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 Das nächste Wimmelbild... 44 sehe ich... Hallo! 44, danke! Taschenlampe... ...sehe ich hier... ...Pfirsichkern... ...sehe ich hier... ...N'knopf sehe ich hier... ...Hin und her, hin und her... ...Aho-Sprung sehe ich da... ...Fingernhütlein sehe ich da... ...Dass sehe ich das Bonbon... ...Nagel... Lachs sehe ich da, Gorn sehe ich da, Dartfire sehe ich da, Reisepost sehe ich da und die Sonne sehe ich da. So jetzt haben wir die ganze Sonne meine Freunde. Jetzt darf ich wieder paddeln. Und wer das geprogrammiert hat, designt hat, den erschlag ich. Ui. Damit ihr nicht dumm stirbt, soll ich mir das so sagen, wir müssen schauen, dass wir die ganzen Symbole auf ihren Symbolen im Hintergrund platzieren können. Ich werde es jetzt ein bisschen versuchen, aber auch weiterhin nicht. Sorry Freunde, ich bin diese Minispiele langsam leid. Sorry, ist so. Irgendwann wirst du Play Plam für lauter Minispiele bei diesem Wimmelbild-Adventure. ... Ah, was soll denn der Scheiß? Ich klicke auf das hier und dann hoch, aber zack, zack. ... 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020